Hallo, hier ist wieder die Sophia Kröner und ich habe heute wieder ein merkwürdiges Video für dich zum Merken. Denn mir wurde das eben in einem Gespräch mit einer Klientin wieder bewusst, dass ganz viele zwar etwas begreifen, aber es nicht in Gänze verstehen. Weil begreifen tun wir mit dem Verstand und mit dem Kopf und es muss aber hier sacken, es muss ins Herz, es muss im ganzen System mit jeder Faser deines Körpers verstanden werden. Und das ist so wichtig, also pass auf, wir alle haben eine goldene Kreditkarte bekommen vom Universum, das ist unser Geburtsrecht. Und wir alle haben die Möglichkeit, in jedem Laden, den es gibt, einkaufen zu gehen. In jedem Ramschladen, wo es Mängel gibt, wo es Krankheit gibt, wo es Leid gibt, wo es Depressionen gibt, wo es Schmerz gibt und die Abwesenheit von allem, was irgendwie super ist und dort einkaufen gehen, ist unfassbar leicht. Also gerade wir im deutschsprachigen Raum können das super gut und wir können da ganz viel Mist einkaufen. Ich sage einfach mal so, wie es ist. Also du kannst dir dort Krankheit kaufen, du kannst dir dieses ganze Mimimi, mir fehlt hier, mir fehlt da und das gibt es nicht und da gibt es nicht und die Regale sind leer und das, was da drin ist, ist alles scheiße. Diesen Laden, den kennen wir alle. Aber du entscheidest mit deiner Entscheidung, gehst du aus diesem Rotzramschladen raus und in die nächste Tür und ziehst die goldene Kreditkarte im Laden der Deluxe Abteilung durch, wo es Fülle gibt, wo es Liebe gibt, wo es Lebensfreude gibt, wo es den ganzen geilen Scheiß gibt, nämlich Gesundheit und Freude und Glücklichsein. Oh, ich kriege schon wieder Gänsehaut. Ja, wenn ich daran denke, was wir alles an Möglichkeiten und an Chancen haben, hier mitzunehmen als reinkarnierte Seelen mit einem menschlichen Körper in dieser Zeit, an diesem Ort. Du kannst dir alles holen. Überleg dir mal, was du als Schöpferwesen dir alles für Scheiße schon kreiert hast. Wenn ich dir jetzt beibringen darf, wie du aus diesem Laden raus und in den geilen Laden rein, in den mit dem Luxus Deluxe Label Fülle oben drüber stehend einkaufen kannst, um einfach dir alles zu holen, was dir zusteht. Weil wir sind hier, um uns ein echt schönes Leben zu machen. Und da gehört für mich Gesundheit dazu, glücklich sein dafür. Gehört dazu, dass wir unsere Themen, die wir auf dem Weg zur Fülle haben, dass wir die schnell transformiert kriegen. Wenn du da Bock drauf hast, dann solltest du unbedingt dich bei mir melden, weil ich es echt gut kann, dich auf diesem Weg zu begleiten. Gehen kann ich den Weg für dich nicht. Das musst du selber machen. Aber ich kann dir die Abkürzung zeigen und ich kann dir zeigen, wie du aus dem einen Laden raus und in den anderen wieder reinkommst, damit auch du dir endlich wieder deine Krone aufsetzt und das Leben zum Wunderschönsten machst, was du dir ersehnst, erträumst und in deinen Vorstellungen möglich machst. Weißt du, wir alle haben so einen kleinen Kellner vom Universum auf unserer Schulter sitzen und der nimmt jede Bestellung, jeden Gedanken, jede Emotion auf und gibt diese weiter zur Ausführung. Und wenn du das verstanden hast, dann weißt du auch, warum es so wichtig ist, positive Gedankenkontrolle zu perfektionieren. Und warum es so wichtig ist, mit der Emotionalität deine Träume und Wünsche quasi zu bestellen und damit zu bezahlen und damit alles real wird, was du haben willst. Wie gesagt, überleg dir, was du dir jetzt alles schon für scheiß kreiert hast, was für eine unglaubliche Macht du hast und wie geil es denn sein kann, das Leben hinter dir zu lassen und jetzt ab in ein Leben voller Leichtigkeit und glücklich sein und einer geilen Partnerschaft. Und der Berufung finden und dieser Folgen und Fülle auf allen Ebenen zuzulassen und es dir zu erlauben. Auch das ist ganz wichtig zu verstehen, dass du dir erlaubst, du darfst das alles haben, nicht nur die anderen. Und wenn dich so eine Glaubenssätze begleiten, wie man muss immer hart arbeiten und es muss immer schwer sein auf dem Weg, dann solltest du ganz schnell jetzt hier drunter kommentieren, dass wir dringend telefonieren sollten, wenn du das Leid bist, in dieser Maschinerie an Mustern und Gedanken festzuhängen. Es ist Zeit für Transformation und das darf leicht sein und das darf schnell gehen und das darf Spaß machen. Und glaub mir, mit mir wirst du immer eine Menge Spaß haben, weil ich einfach den geilen Scheiß kann, um dir zu helfen, den Rotz schnell loszuwerden. Lass uns gemeinsam ins Kaufhaus der Fülle einziehen und uns dort einrichten und nur noch dort einkaufen gehen und diesen ganzen Mistramschladen einfach zuzunageln. Es ist Zeit, im Fülle Kaufhaus des Lebens, des Universums, sich einzuquartieren und sich den geilen Scheiß zu holen. Lass mich dir zeigen, wie es geht. Es ist nicht schwer. Hab einen wundervollen Tag. Ich freue mich auf dich. Bis ganz bald. Tschüss.